Jo Freunde des Hates, nach 5,5 Jahren wurde ich ja auf Twitter wieder entsperrt und damit bin ich wahrscheinlich auch der Einzige, der Elon Musk gerade nicht hasst. Natürlich habe ich alles direkt daran gesetzt, irgendwie wieder einen Hate Storm zu bekommen, damit ich hier wieder Content für ein Video habe. Und was soll ich sagen? Naja, es hat natürlich geklappt, was auch sonst. Deswegen liked auf jeden Fall bitte das Video, damit ich irgendwann wieder relevant werde. Ich habe folgendes gepostet, hab ein Mädel geknallt, das gestottert hat, war fertig, bevor sie Nein sagen konnte. Erstmal eine Sache dazu, ob ihr das jetzt lustig findet oder nicht, das ist vollkommen egal, denn Humor ist immer subjektiv. Worum es mir geht, ist halt wirklich die Dummheit dieser Woken Twitter Bubble, die so dämliche Sachen geschrieben haben, dass wir uns heute darüber lustig machen wollen. Eine Sache möchte ich aber nochmal sagen. Ich habe ja im Video zu Joyce damals gesagt, dass ich solche Witze nicht mehr machen möchte, da das Betroffene natürlich immer triggern kann. Aber ganz ehrlich, warum sollte ich? Ich liebe schwarzen Humor einfach. Serien wie Drone Together oder South Park sind halt meine absoluten Lieblingsserien. Warum sollte ich solche Jokes, die ich selber feiere, jetzt nicht mehr bringen, einfach nur, damit ich nicht mehr anecke? Jemand hat auch gefragt, wie ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, wenn jetzt irgendwelche Opfer von solchen Straftaten das Ganze sehen und vielleicht dann irgendwelche Erinnerungen hochgeholt werden. Wenn du von solchen Postings verletzt oder getriggert bist, dann sorry, aber dann nutzt das Internet nicht. Es ist klar, dass hier Witze über alles gemacht wird, egal ob das jetzt dieses Thema ist oder irgendwas anderes. Menschen können halt wirklich durch alles getriggert und angegriffen werden. Es kann durch jeden Gammeltweet irgendein Traumata hochgeholt werden. Wenn man so anfängt, dürfte man einfach gar nichts mehr posten. Das Lustige ist auch, dass der Typ sich ja als moralische Instanz hinstellt, mich aber selber in einem anderen Tweet beleidigt, was anscheinend in Ordnung ist. Stell dir mal vor, ich wäre früher extrem krass gemobbt geworden und so ein Tweet holt dann irgendein Traumata von mir wieder hoch. Aber das ist dann in Ordnung oder was? Jetzt mal ernsthaft, sollen wir uns von dieser linken Twitter-woken-Gutmenschen-Bubble wirklich unterkriegen lassen und nie wieder irgendwelche Jokes posten, weil sie immer versuchen, uns zu canceln? Ganz ehrlich, ich sage nein, wir müssen zusammenhalten und gemeinsam dagegen vorgehen. Deswegen liked jetzt das Video. Übrigens, mit am lustigsten fand ich diese Person hier. Ich lasse das mal so stehen. Bah, okay. Das heißt, der Tweet ging wirklich gar nicht für sie fit. Ja, das ist wirklich ekelhaft. Was für Ricarda dann allerdings wieder ein ganz normaler Kommentar war, war folgendes, was sie danach gepostet hat. Schau dich doch mal im Spiegel an, du eklige deutsche Kartoffel. Wahrscheinlich würdest du es feiern, wenn deine Schwester vergewaltigt wird. Ja, also, das ist halt... Was soll ich dazu sagen? Krass ist übrigens auch, dass ich für einige Leute jetzt wirklich einfach ein Mittäter bin, weil ich das gepostet habe. Erstmal wird in diesem Bild hier gezeigt, dass jeder, der solche Witze macht, ein potenzieller Täter ist. Überlegt euch das mal. Diese Bubble denkt wirklich, dass wenn ich solche Jokes mache, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich diese Straftat selber irgendwann mal verübe. Digga, ey, was soll ich euch sagen? Auch davon abgesehen, sind diese Jokes anscheinend eine Straftat, denn mehrere Leute haben mich darauf hingewiesen, dass es halt der Fall ist. Es geht um Paragraf 131, was die Gewaltverherrlichung darstellt. Das bedeutet, dass man grausame und unmenschliche Gewalttaten gegen Menschen verherrlicht oder verharmlost schildert. Die denken wirklich, dass so ein Joke wirklich eine Straftat ist und man das nicht posten darf. Und das ist wirklich so deren Meinung. Die denken das wirklich. Überlegt mal, die sind unter uns. Vielleicht habt ihr die schon mal beim Einkaufen getroffen. Auch mega lächerlich ist diese Person hier. Freunde, ich mag KuchenTV. Ich blog. Stell dir mal vor, du hast irgendwelche Freunde. Ich weiß, richtig unrealistisch, wenn man KuchenTV guckt, aber nur mal die Vorstellung. Ihr habt euer halbes Leben miteinander verbracht. Ihr habt super viele Erinnerungen. Ihr helft euch gegenseitig, wenn ihr irgendwas braucht. Und dann sagst du vor ihr so, ey, ich feier KuchenTV und sie so, verpiss dich raus hier. Ich hab mich dann auch darüber lustig gemacht und ihre Antwort war folgende. Wer seine Freundin schlägt, blablabla, dummes Gelaber, was auch nicht stimmt. Und meint, ich wäre armselig, weil ich das nicht unterstütze. Der benötigt Therapie. Also erstmal, mein Verfahren wurde eingestellt. Zweimal. Jetzt mal Realtalk. Wie sehr verachtest du bitte den deutschen Rechtsstaat? Also nur mal so eine Frage. Bist du so eine Reisbürgerin, für die die Gesetze hier nicht zählen? Oder warum bin ich für dich ein Täter? Obwohl Deutschland als Staat gesagt hat, nein, da wurde nichts gemacht. Zweitens hat das Ganze auch nichts damit zu tun, dass du irgendjemanden unterstützt oder whatever. Du zeigst damit nur, was für eine schlechte Freundin du bist. Also selbst wenn einer meiner Kollegen jemanden feiert, den ich nicht mag, würde ich doch die Freundschaft nicht beenden. Anscheinend hat sie übrigens auch ihren angepinnten Tweet vergessen. Tipps für mehr Ruhe auf Twitter. Vor dem Kommentieren frage dich, ist das ein offensichtlicher Provozierungstweet? Wenn ja, scroll weiter. Hat nicht ganz so gut geklappt anscheinend. Was ich halt auch nicht checke ist, wie lange sich Leute mit so einem random belanglosen Tweet beschäftigen können. Und zwar dieser Typ hier. Gegen 17 Uhr hat er einen Tweet retweetet, wo es um mich ging. 10 Minuten später hat er dann extra seinen kompletten Twitter-Ground abgecheckt, um zwei Tweets rauszusuchen, die Mitte April über mich gepostet worden sind. Also wie lange hast du danach gesucht? Eine Stunde oder was? 15 Minuten später hat er dann meinen Post kommentiert und nochmal 12 Minuten später darauf geantwortet. Der Typ hat da wirklich eine halbe Stunde seiner Lebenszeit darin investiert, sich über meinen Tweet aufzuregen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wie kann man denn da so viel Energie reinstecken? Lustig ist aber auch dieser Post hier. Warum KuchenTV gerne wieder gesperrt werden kann. Thread. Und dann kam irgendwie gar nichts mehr. Also nice, danke. Gibt anscheinend keine Gründe, warum ich gesperrt werden sollte. Sehe ich übrigens auch so. Auch Bilal2K. So ein Twitter-Typ hat natürlich wieder mal dazu was gepostet. Er dachte kurz, es ist ein alter Tweet. Aber der Tweet ist von gestern. Der Typ hat echt einen Schaden. Ja stimmt. Sowas zu posten ist halt wirklich sehr, sehr schlimm. Kann ich verstehen. Wobei du müsstest das doch eigentlich feiern. Denn er macht wirklich täglich irgendwelche Tweets zur Weltmeisterschaft in Katar. Kleiner Funfact. In Katar posten die nicht solche Jokes, sondern Vergewaltigung in der Ehe. Sind da einfach gar keine Straftat. Womit sich Bilal anscheinend identifizieren kann. Weil sonst würde er ja nicht das Sportswashing von Katar unterstützen, indem er den ganzen Tag über die WM twittert. Machen wir aber einfach mal weiter. Ja du hast recht, das ist wirklich sehr, sehr unlustig. Gucken wir doch einfach mal so, was du für einen geilen Twitter-Grind hast. War gerade mies kacken. Soll ich ein Bild von mir mit Kamm im Gesicht liegen? Funny Bruder. Wirklich. Mega witzig und so. Was ich halt auch wirklich überhaupt nicht checke. Es gibt halt immer wieder Leute, die sich einfach Geschichten über mich ausdenken, um mich schlecht zu reden. Das Lustige an KuchenTV eigentlich, dass er mal dabei war, als ich mit einer Freundin, die mit diesem Manuel befreundet war, getroffen habe. Und er sich benimmt, als wäre der so der übelste A-Promi. Und kein von uns hat seine Anwesenheit ansatzweise gejuckt. Also das stimmt halt einfach nicht. Also kann sein, dass wir uns mal irgendwo getroffen haben in Köln oder whatever. Das will ich nicht verneinen. Aber ich bin gar nicht der Typ, der irgendwie so tut, als wäre er irgendwie ein A-Promi oder großartig bekannt oder sonst irgendwas. Also ich finde das eher unangenehm, wenn man so an der Kasse oder an Clubs oder so von irgendwelchen Mitarbeitern erwischt wird. Außer ich kriege was kostenlos. Dann entdeck mich ruhig. Weil sie mich halt nicht mag und durch den Tweet getriggert ist, denkt sie sich einfach Geschichten aus, um mich als Person, als Privatperson einfach runterzumachen. Warum? Also keine Ahnung. Dann poste doch einfach, dass du mich nicht magst. Aber denk dir doch keine Geschichten aus. Leute behaupten übrigens auch, dass ich ableistisch bin. Also dass ich was gegen Behinderte habe. Weil ich in diesem Tweet halt über eine stotternde Frau gesprochen habe. Das ist halt wirklich deren Meinung, dass ich deswegen etwas gegen Behinderte habe. Ey Jungs, mal wirklich, wo sind wir falsch abgebogen, Alter, als Menschen? Auch die Freundin von Gaffi konnte natürlich nicht ihren Mund halten und hat gepostet, kurz kotzen gehen. Reminder, wieso ihr Kuchen nicht supporten solltet. Das Lustige ist, dass Gaffi halt mindestens einen genauso Schlimmhumor hat wie ich. Wenn die mal sehen würde, über was wir in unserer WhatsApp-Gruppe so lachen, ho, da will ich dann aber nicht beim Streit dabei sein. Von Gaffi lässt sie sich aber seit Jahren f***en und lutscht sein Sch***. Aber wenn ich sowas poste, dann heißt es, äh Digga, den solltet ihr auf keinen Fall supporten. Es geht hier offensichtlich nicht darum, was gesagt wird, weil sonst wäre sie nicht mit Gaffi zusammen, sondern wer das tut. Sie mag mich nicht, aus welchen Gründen noch immer, hab die noch nie privat getroffen. Aber trotzdem bin ich natürlich der schlimmste Mensch der Welt. Das ist halt einfach absolut dämlich. Zeugt übrigens auch für keine so hohe Intelligenz, aber in Ordnung. Was ich auch immer wieder feiere, sind solche Kommentare hier. Irgendwie muss er ja relevant bleiben. Und so bleibt er im Gespräch. Auf Twitter. Mit einem Tweet, der zwei Tage später sowieso für niemanden mehr interessant ist, oder? Aber das Leben von Gina und Noah sind nur zweitrangig. Die Karriere ist das Wichtigste für ihn. Ja. Bro, du tust so, als wäre durch den Tweet jetzt das Leben von Gina und meinem Sohn in Gefahr. Also erstmal bin ich ja mit Gina gar nicht mehr zusammen. Also die hat damit ja gar nichts zu tun. Und was für Nachteile soll mein Sohn jetzt haben? Denkst du, der wird in zehn Jahren auf dem Schulhof geschlagen wegen dem Tweet von Papa vor 15 Jahren oder was? Ey, das ist halt... Junge, ich komme darauf nicht klar, es tut mir leid. Am Ende kam natürlich dann nochmal das klassische, schwarzer Humor ist keine Universalausrede, ein dummes Arschloch sein zu dürfen. Ja, da hat er natürlich recht, ist es nicht. Aber wenn die Definition von schwarzem Humor eins zu eins auf meinen Post passt, dann ist es vielleicht keine Universalausrede, sondern einfach ein Fakt, mit dem man sich mal zufrieden geben sollte. Und anstatt andere dann als Arschloch hinzustellen, könnte man auch einfach sagen, dass man ein anderes subjektives Humorverständnis hat und den einfach nicht lustig findet, was komplett in Ordnung wäre. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ey, ich habe Twitter und sowas einfach nur vermisst. Ich feiere das. Die Leute sind da wirklich strunzdumm. Es werden sich einfach Geschichten ausgedacht. Leute interpretieren das Schlimmste der Welt dran und übertreiben einfach komplett. Ich liebe es. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Okay, thanks, bye.